da passiert nix so willkommen im letzten teil hoffentlich wir werden heute die kratzer hinzufügen und alles backen schauen wir mal ob das alles noch so funktioniert wie ich mir das irgendwann mal gemerkt habe nein das wird alles kein problem schauen wir uns hier gerade noch mal im material an hier unsere also das was zum schluss über die farbe raufkommt hier haben wir die roughness die würde ich auch mal ein bisschen rüber packen und hier haben wir dann die die ganzen sachen für die bump gx mal hier rüber ok so also wir wollen kratzer hinzufügen über hier unsere unser schönes ding machen wir hier so kratzer wenn wir hin machen und ich zeige euch das es gibt eine methode die ich finde dass die sehr gut ist weil die quasi alles auf einmal macht und wir erinnern uns wir wollen etwas drauf zeichnen wo zeichnen wir drauf auf eine textur und deswegen brauchen wir erst mal eine textur und die wir dann dementsprechend vorbereiten image textur so dann machen wir da eine neue und sagen kratzer und die mache ich aber 4k weil ich brauche die jetzt für alles ich brauche die für für kratzer für farbe also für bump auch und deswegen mache ich die ein bisschen hochauflösen eventuell wäre da eine möglichkeit zwei texturen zu machen also dass man das objekt in zwei hälften gliedert dann braucht man nicht so große texturen größen und ich würde hier schon ein bisschen in die vollen gehen so das heißt für mir unsere textur die wollen wir drauf malen ich mache die jetzt mal auf linear beziehungsweise auf non color weil die hauptsächlich für eigenschaften ist und bei der farbe soll sie hauptsächlich ab dunkeln so das heißt gehen wir gleich mal auf das drauf wir wollen ab dunkeln und ich möchte jetzt erst die base bearbeiten das ist wenn ihr euch erinnert unser normales plastik und dazu gehe ich hier quasi auf unsere farbtextur drauf weil alle anderen dort wird schon etwas anderes drüber gemacht hat zum beispiel unserem weichen stoff wird er die wenn die eigenschaften nachträglich drauf gelegt also die bump zum beispiel und die roughness das heißt wenn ich jetzt hier unsere kratzer map erstelle dann wird die erst mal nur auf der grundfarbe stattfinden und auf der grund bump und alles andere was danach kommt wurde quasi drüber gelegt das heißt die kratzer sollen erst mal nur auf diesem basic plastik stattfinden so also wir haben hier unsere kratzer die farbe das ist eine schwarze farbe die möchte ich aufhellen durch kratzer also abschürfungen dann wird es meistens heller weil es eh schon schwarz ist also wird es heller das heißt hier würde ich eine Addition verwenden also von schwarz auf weiß ist immer Addition das heißt wir machen hier einmal einen color mix den benenne ich hier gleich mal in kratzer kall für color kann man so machen hau den jetzt hier zwischen da wo unsere eigentliche farbe reinkommt komm her so setze den dann auf addieren für den fall dass es zu hell wird soll das ergebnis auf jeden fall nicht über 1 sein also setze ich das auf clump result und die farbe setze ich jetzt hier rein das ist ja schwarz und wenn wir jetzt einen Wert mit 0 addieren dann wird er das nicht beeinträchtigen deswegen kann ich den faktor hier rauf ziehen und wir werden das ergebnis nachher sehen wenn wir weiß drauf zeichnen aber jetzt noch nicht weil die map ja schwarz ist soweit der einfache teil dann haben wir hier in dem eingang a unsere basic roughness also diese wert 0,3 hatten wir glaube ich und den müssen wir jetzt auch beeinflussen deswegen ich überlegen gerade wir werden den hier einfach kopieren so dann haben wir jetzt wieder hier oben unseren wert 0,3 da kommt dann die kratzer map rein und wir haben hier unseren basic wert die kratzer sollen das ganze stumpfer machen das heißt sie sollen das auch aufhellen also würde ich sagen machen wir ja auch eine addition so dann sagen wir hier einfach überall clamp result dass er nicht drüber schießt und dann können wir das da rein stecken und dann haben wir das jetzt ja dass die kratzer die wir auf die textur machen die werden über unseren standardwert drüber addiert und der wert geht dann rein in die anderen roughness dinger für das gewebe und für den schaumstoff das können wir ganz drauf setzen und wir benennen das um in roughness ich sag ja auch mal kratzer dann haben wir das für die roughness und wo was noch bräuchten ist für die bump und bei der bump haben wir hier unsere basic bump also dass der wert 0,5 also ihr erinnert euch schwarz geht rein weiß geht raus und in der mitte höhe 0 ist 0,5 und die kratzer möchten wir so machen dass die rein gehen dass die rein senken aber die kratzer zeichnen wir weiß auf eine schwarze oberfläche das heißt eigentlich würden die raus stehen das heißt wir müssen die erstmal invertieren das heißt color invert nehmen hier den texturausgang setzen das in color rein jetzt haben wir es umgedreht also hier nach dem ausgang ist die textur jetzt weiß und wir zeichnen schwarze kratzer rein was ich jetzt noch sehe ist wenn die textur weiß ist dann heißt das er erhebt das ganze raus dass wir dann eigentlich nicht ganz korrekt das ganze muss auf 0,5 liegen also nehmen wir einen converter math und ziehen jetzt hier also subtraktion 0,5 ab das heißt wir sind jetzt vorher schwarze textur invertiert jetzt weiß minus 0,5 sind wir genau auf grau 0,5 und das was wir dann rein zeichnen wird quasi reingesenkt hier sagen wir auch clamp result damit das nicht überschießt der wert hier ist 0,5 der ist auch 0,5 das heißt wir ziehen diesen wert direkt hier rein wo wir vorher auch waren das heißt wir brauchen diesen rgb nicht mehr sondern nehmen jetzt unsere neue textur als standard bump wir ersetzen das einfach nur und damit wäre das einfach wäre das eigentlich vorbereitet mal schauen ob man das hier ein bisschen rerouten können hier mit shift so und das da geht eigentlich so also wir haben die textur die textur addiert einmal auf die farbe was drauf damit das ein bisschen heller wird das könnten wir dann sogar noch über den faktor hier ein bisschen weniger machen wir haben dann die möglichkeit die roughness damit zu beeinflussen auch da können wir den faktor noch verändern und wir haben jetzt zusätzlich noch die bump alles was jetzt hier drauf zeichnen sollte in der richtigen art und weise beeinflusst werden textur auswählen texture paint so muss ich mal eine stufe zurück ein bisschen gemütlich machen hier haben wir das und wir gehen aber auf material modus weil wir wollen das die ganze zeit sehen nur damit wir den effekt hier gleich sehen und dann werde ich das hier mal löschen und wird hier eine neue textur hinzufügen und ich sage mal kratzer und gehe dann auf einstellungen der kratzer map öffne dann hier eine imperfection map müsst ihr auch schauen auf ambient cg da gibt es auch imperfection maps also imperfection maps gibt es überall was eigentlich kostenlos gibt zum beispiel auch auf polygon.com gibt es auch kostenlose ich gehe mal eine rein mal schauen hier habe ich glaube ich was jpeg und dann will ich hier nicht haare nehmen ich suche kratzer und zwar am besten gar nicht so viel dass mir alles hier ein bisschen too much ich brauche einen relativ marginalen effekt das hier scratches das ganz gut ja so dann haben wir das eingestellt und dann schauen wir uns an wie das hier zum handeln ist wir haben jetzt die textur drin die ist auf view plane das heißt ich kann die hier darstellen und ich möchte die jetzt aber nicht hier einfach nur so lang zeichnen machen wir das mal dauert wieder einen kurzen augenblick also wir sehen die wirkung ist da ja die ist jetzt halt auch hier viel zu massiv aber so funktioniert das ganze und jedes mal wir hier lang zeichnen wird das bild jedes mal aufs neue wieder wiederholt also erneut hingestempelt quasi und das blöd das gefällt mir so nicht was vielleicht besser wäre machen wir mal ctrl z zurück wäre hier wenn wir den stroke zum beispiel auf ein bisschen jitter stellen also ein bisschen zittern dann haben wir hier den effekt ja 4k dann wappelt das so ein bisschen hin und her das wäre mal was was ich grundsätzlich will und vielleicht ein bisschen mehr davon so dann müssen wir vom letzten mal den falloff würde ich hier auf diese kurve machen das heißt in der mitte sehr viel und am rand gegen null laufend so schauen wir uns das hier mal an das wäre jetzt so der effekt das ist mal besser dann möchte ich das ganze lass uns das mal als stencil anschauen so da haben wir die stencil ich hoffe ihr seht das halbwegs das wäre auch eine möglichkeit dass wir hier quasi rein malen könnten wir hier mit was waren das shift rechter maustaste größer skalieren und können hier quasi damit rein zeichnen und hätten das hier was wir eben haben ist die größe die könnten wir noch anpassen ich finde das gar nicht so schlecht ich gehe mal zurück auf view plane damit wir dort lang zeichnen können wir könnten auch teilt machen schauen wir da gehen wir da so lang und dann sehen wir es wiederholt sich immer also es wiederholt es geht halt immer weiter und wenn das eine nahtlose textur ist dann ist das ganz gut so das ist mal das teilt und das andere was wir vor hatten ist das view plane wo die textur immer wieder neu abstempelt die auflösung ist halt ein bisschen grenzwertig jetzt hier obwohl es 4k ist und jetzt können wir die strength hier runter machen machen wir so und will ich auch noch was zeigen gehen wir da mal so lang das ist eine möglichkeit ihr seht das hier wahrscheinlich nicht ganz gut weil das halt schwarz ist so ich überlege ob ich die textur ein bisschen kleiner mache würde ich hier sagen 0,5 und hier müssen noch mal zurückgehen so das könnte man so ein bisschen lang zeichnen aber ich gehe noch mit der stärke ein bisschen runter und wenn ich jetzt hier mal lang zeichne ich zeichne lang zeichne lang zeichne lang das bleibt quasi immer dasselbe und das will ich aber nicht ich möchte dass das ganze immer wieder drüber addiert wird dass es immer heller wird umso länger ich quasi dort drüber zeichne und dafür muss ich hier den blend modus auf addieren stellen sobald ich es finde da screen addieren so und dann würde ich das hier ganz gerne wieder auf view plane setzen so und durch das jittering kriegen wir da ebenso ein bisschen willkürlichkeit hin und das wird immer noch zu stark und gerade nochmal nochmal weg so und jetzt können wir hier jetzt habe ich das so eingestellt wie ich das will und jetzt können wir hier quasi drüber zeichnen so ab und zu muss er dann mal laden das wahrscheinlich für einen neuen teil der auf einen neuen teil der UV geht aber das sollte dann immer besser will ich nicht sagen aber so und hier kann ich jetzt wirklich kann man hier mal die ecken die hätte ich hier auf die hätte ich besonders abgesehen umso länger ich darüber gehe umso heller wird das wirklich auch und das eben das weil das auf addieren gesetzt ist so können wir noch weiter runter gehen weil was man ja auch argumentieren kann ist dass das ganze ja hier diese schrammspuren die passieren nicht auf einmal sondern die passieren halt meistens über die zeit und genauso muss man ja auch immer wieder drüber gehen weil das halt einfach genauso auf dieselbe art und weise passieren soll so das jittering ist glaube ich jetzt ein bisschen zu stark Stroke ein bisschen zu willkürlich hier ganz so viel Natur soll es dann auch nicht sein so und hier würde ich das ganze ein bisschen anpassen wollen deswegen werde ich hier jetzt einfach mal von add auf screen gehen dann gewinnt der hellere und dann sollte sich das hier ein bisschen angleichen da könnte ich die stärke ein bisschen aufnehmen das gefällt mir so diese abnutzung das ist ganz gut und um den ganzen wieder entgegen zu wirken kann ich dann hier wieder von screen auf mix gehen und kann das ganze damit quasi wieder abdunkeln und quasi so ein gegenpol bilden also das ergibt dann quasi wieder ganz eigene kratzer wenn man mit den mit den kratzern in die kratzer quasi nochmal rein fährt er das das ja sehe ich jetzt mal so so und hier würde ich ganz gerne irgendwas unikates machen so das auf einer seite einfach stärker ist machen wir hier mal können wir auch mal probieren substrahieren wollen wir es denn substract können wir hier auch mit einem kratzer quasi negativ vorgehen und dann würde ich hier die strength noch weiter runter sitzen dafür und den pinsel ein bisschen größer kleiner so so hier oben dann auch da gehe ich dann wieder auf gehen wir auf screen und stärke so ein bisschen so ein kleiner und hier das sind halt auch immer so stellen wo sich quasi Dreck ansammeln kann so hier wird auch immer fleißig eingesteckt und dann vielleicht noch so generell ein bisschen stärker weiter runter pinsel ein bisschen größer so 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 ja das ist ja schon ordentlich abgenutzt das Ding ne upsala so hier dasselbe machen wir hier mal kurz die textur aufteilt die textur auf 0,3 so vielleicht ein bisschen stark geht gerade mal auf schwarz warte mal da müssen wir vom screen runter wenn ich auf schwarz gehe dann mix so so strength ein bisschen gegenarbeiten hier too much und ich bin da ich finde das gar nicht so schlimm hier also was ich meine ist dieses hin und her arbeiten empfinde ich meistens als recht sinnvoll weil dann doch die willkürlichsten Sachen rauskommen wenn man immer wieder was dazu nimmt wegnimmt zunimmt abnimmt wegnimmt das ist immer die die sache ähm darf bloß nicht den überblick verlieren hier wieder auf mix könnte gehen aber wieder auf weiß so und da auch noch hin dann hier oben noch hier oben würde ich dann aber wieder auf das ganze hier so immer weiter stempeln also view plane so seht ihr dass das ein viel besseren effekt hier ist jetzt ein bisschen punkt bildung weil da der wert zu dunkel ist könnte ich stark ein bisschen runter nehmen dann geht das wieder ein bisschen besser so da ist natürlich die farbe hier schwarz ausgewählt vielleicht nicht ganz optimal für euch zum zuschauen ok super als nächstes kommt dann der schwarze teil dran erstmal hier die textur wieder abspeichern save as und dann sagen wir hier sind wir im richtigen ordner kratzer passt png könnten wir sagen ja weil das ganze auch für bump map ist ähm könnte man 16 bit tiefer machen brauchen wir eh nicht lange wir werden das ganze dann noch backen und dann gehen wir hier mal ins layout und werden jetzt für den bügel das ganze noch machen macht man da eine kopie hier einfach ziehen das erstmal gerade hier hin machen wir erstmal groß und sagen hier neue textur kratzer 2 passt 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 ok dann hier wieder auf non color dann müsste das ganze hier danach kommen das ganz einfach kopieren und reinsetzen hier könnte man jetzt noch f2 drücken color 2 und dann kommt die textur in den eingang b wieder rein um das ganze dann wieder drüber zu addieren und hier müssen wir aber sagen wie viel und zwar da wo plastik 2 ist also hier kann man die plastik 2 maske nehmen und machen die dann dort rein dann funktioniert das dafür das brauchen wir jetzt wieder an der stelle an der stelle wir brauchen jetzt hier die plastik 2 map brauchen wir für die farbe weil wir sonst an anderer stelle keine farbe separat für das plastik vergeben haben bei der roughness schaut es anders aus hier haben wir jetzt schon eins und zwar das ist der hier den müsste ich noch benennen das ist die roughness plastik 2 sehen wir mal hier die der faktor geht hier rein das ist dafür die mischung so und das ganze müssten wir da einarbeiten so schauen wir gerade mal wir haben für plastik 2 ist dann dieser rauheitswert den wir dafür eingetragen haben und gerade mal schauen was der ist der ist 0,5 das passt ganz gut weil dann können wir hier bei kratzer 2 unseren vorherigen trick machen und sagen converter math und addieren das ganze um 0,5 das heißt der wert ist jetzt auf der Textur aktuell 0 und wird hier dann auf 0,5 angehoben und dann können wir das hier 1 zu 1 reinstecken und dann funktioniert das miteinander alles was wir dann drauf malen auf die Textur in weiß wird dann hier auf die 0,5 drauf addiert so dann haben wir wieder die Bump jetzt muss ich schon selber schauen Plastik 2 hat noch keine eigene Bump das ist spannend dann müssen wir das noch dazu addieren so gerade mal schauen wir haben hier einmal die Bump fertig dann könnte man hier einfach eine dazu machen nennen die Plastik 2 so dann brauchen wir dafür einmal den Mischer das ist hier Plastik 2 können wir eigentlich auch hier uns einfach abholen so und dann in den Faktor rein und Plastik 2 muss jetzt auch wieder Höhe 0 beginnen das heißt wir können hier sagen hier haben wir ja schon einen Wert für 0,5 für die Roughness gehen wir da mal rein können wir das da da rein machen und alles was wir weiß drauf zeichnen wird rausgehoben also wenn wir jetzt in Bump Map denken das heißt wir müssen die noch einmal invertieren Color Invert dort reinsetzen musst du unten hin das heißt alles was wir jetzt drauf zeichnen wird reingesetzt so haben wir eigentlich alles wir haben die Color, die Roughness und die Bump wir werden das nachher alles noch in fertige Texturen backen das wird mittlerweile notwendig so dann ist das jetzt Kratzer 2 und dann gehen wir Textchapend und wir überprüfen Kratzer 2 und müssten jetzt hier auf was sind wir eingestellt auf Schwarz müssen wir hier auf Weiß gehen Strength ziemlich weit runter kann man schauen da passiert nichts da passiert was da passiert was ach du je da ist es ja ich habe eine Idee Ansicht Face Orientation wann ist denn das passiert Ähm Edit Modus alles auswählen Shift N so dann klappt es auch mit dem Nachbarn ach Fehler sind immer wieder toll ne so wenn wir jetzt hier lang gehen dann passiert auch was Jesus da passiert viel so äh dann gehen wir hier runter und wir gehen auf derweilen mal auf Mix der ist noch so sag ich mal recht verzeihlich dieser Modus können wir lang boah ist das aggressiv das ist ja voll aggro aber hier ist die Auflösung schon fast ein bisschen wenig aber ich bin kein Fan davon für jedes Teil irgendwie ähm 4k Texturen zu verwenden und ich habe das Gefühl es wird nicht wirklich weißer deswegen gehe ich mal auf Layout und schaue mir das ganze hier mal an so kommt mal schauen hier wird es auch weiß auf der Textur so mach mal Add so das ist eindeutig weiß also das passt eh warum sehe ich es da nicht hier ist es noch drauf die Farbe geht dort rein und dann ist sie nicht mehr zu sehen hier wird drüber multipliziert die Ambient Occlusion und die Ambient Occlusion ist an der Stelle schwarz weil hier die Flächen invertiert waren hmmm das heißt die werde ich erst mal deaktivieren ihr seht beim Backen ist es echt wichtig dass die Flächen vorher überprüft werden ja aber es ist egal wir machen weiter so das hier würde ich gerade mal muten um zu schauen ob ich das dann überhaupt noch brauche hier texture paint so tut mir leid aber hier das möchte trotzdem fertig werden jetzt ist mir das hier fast ein bisschen zu dunkel zu hell die Farbe so jetzt sieht es doch besser aus Jesus so so und hier jetzt wieder auf View Plane gefällt mir irgendwie ein bisschen besser hier so und weil wir jetzt hier die Base nicht exkludiert haben malen wir dort auch noch drüber das kann man natürlich mit der Maske anpassen ist ganz klar so und das hier so ein bisschen wie wenn es gewollt wäre ach ist das ärgerlich okay okay so die Textur abspeichern save as ja ich hoffe dass das jetzt nicht zu durcheinander war ihr habt es natürlich im Idealfall richtig gemacht mit dem Backen so aber es sieht gar nicht so schlecht aus ähm gut das hier brauchen wir nicht die Color Curves die kann man wieder löschen und ich muss nur gerade schauen die Color Kopfhörer Color hier die ist an der Stelle ein bisschen heller aber ich lass das so so schlecht schaut es gar nicht aus so entschuldigt für das Durcheinander ähm aber ihr habt gesehen woran es lag die Ambient Occlusion hier ist nicht funktional weil der Teil durch eine invertierte Fläche also dadurch dass von dem Teil die Flächen invertiert waren hat er quasi die Ambient Occlusion im Inneren des geschlossenen Objektes gesucht und das funktioniert nicht deswegen ist das so schwarz gewesen dass mir das quasi hier alles weg multipliziert hat äh weiß nicht ob euch das schon vor aufgefallen ist und äh wir müssten dafür die AO die AO neu backen das hätte ich aber sowieso gemacht ähm weil ich jetzt mal davon ausgegangen wäre dass die hier eventuell noch neu mit berücksichtigt wird die Ambient Occlusion und deswegen machen wir das jetzt auch wir machen jetzt hier eine neue Textur ähm so und sagen hier äh Final AO passt und dann gehen wir auf das Backen Werkzeug wir haben noch Ambient Occlusion eingestellt sehr gut und das passt mir eigentlich alles dann sagen wir hier Bake und wir sehen das ein gehöriger Unterschied ohne die Ambient Occlusion wenn die nicht eingeblendet ist sieht das wesentlich äh äh Planer aus das ganze Zeug das hat man letztens schon gehabt wo wir gesagt hatten dass die letzten 0% äh am längsten dauern es ist schon wieder dasselbe so das ist einmal die Ambient Occlusion die ist jetzt relativ unspektakulär es wird aber noch gleich wesentlich spektakulärer weil wir jetzt quasi alles final backen so das ist jetzt die Ambient Occlusion die schaut jetzt mal auf den ersten Blick besser aus auch wenn ich das das letzte Mal auch schon gesagt hatte ähm ich stecke die jetzt mal derweilen hier ein und ich muss sie vor allen Dingen neu abspeichern eigentlich müsste ich sie abspeichern warte mal hier ah das ist falsch genau AO und wir brauchen final AO ja und jetzt haben wir hier die hellen Teile drin sehr gut so das die müssen wir abspeichern save as final AO ähm das würde ich auf jeden Fall als JPEG würde mir das ausreichen so schau mal rein multiplizieren ja sehr gut so hatte ich mir das erhofft sehr schön so das jetzt die AO die halte ich hier draußen weil das werden unsere finalen Texturen werden so dann hier eine neue Textur Image Textur das soll unsere Farbe werden ähm die Farbe ändert sich insofern dass jetzt eigentlich die Ambient Occlusion und die Dirty Vertexes mit drauf gemacht werden das kann man sich jetzt das schauen wir uns gleich an wie ihr euch das aussuchen könnt ähm wir sagen hier ähm wir sagen hier Color oder beziehungsweise ich nehme mal lieber Albedo 4K und wenn ich das ganze jetzt hier so machen würde ähm beim Backen ist immer wichtig das geht alles über den Principled BSDF und aktuell haben wir die neue Ambient Occlusion in die Color mit rein ist die mit drin damit würde die auch mitgebacken werden bei der Base Color jetzt bin ich mir ehrlich gesagt unschlüssig selber ob ich die haben will oder nicht aber ich denke auch schon auf jeden Fall also bei diesem Objekt hier ähm macht die Ambient Occlusion keinen negativen Einfluss selbst wenn wir das mit Cycles backen bin ich überzeugt davon deswegen lasse ich das jetzt hier mal drin die Ambient Occlusion bei der Color Back Option äh wir wollen die Diffuse haben nur die Color die ist selektiert die Albedo und dann sagen wir Bake und wieder die letzten 0% und damals auch schon die schaut traumhaft aus haha sehr schön jetzt alles mögliche gleich mit reingepacken an Effekten äh super abspeichern save as final albedo sehr gut ähm ja das passt soweit dann neue Image Textur da machen wir jetzt die Roughness zack und das wird nachher dann auf Non Color ok dann Backen nicht die Diffuse sondern die Roughness jo ich hoffe das passt alles ja so dann sind wir nämlich die ganzen Regler los und dann können wir das quasi für jedes Programm benutzen so ich meine alles in allem haben wir jetzt hier für das Ding eine Stunde gebraucht denke mal das ganz ok äh zum Schluss ist da auch denke ich ähm wichtig und vorteilhaft dass man da einfach selber mit den Händen dran war und selber da quasi was hingezeichnet hat weil die Smart Materials die fallen mittlerweile auf das hat einfach jeder drauf das schaut zwar gut aus aber es macht halt nichts unikat es erzählt keine Geschichte ich meine hier könnte man auch noch mehr Geschichte erzählen aber ich muss ganz ehrlich sagen ich habe auf das Ding nicht mehr wirklich so wahnsinnig viel Lust weil ähm das ist im Blender einfach schon ein bisschen Aufwand ich meine wir haben es jetzt in einer Stunde geschafft aber ich höre euch schon wieder jammern wegen den Notes und ähm ich kann das irgendwie auch verstehen ähm ja aber hey so äh Final Roughness ja mir reicht da 8 Bit aber man kann auch 16 Bit machen aber war nicht päpstlicher sein wie der Papst so Image Textur und dann sagen wir jetzt jetzt machen wir spannend jetzt kommt die Normal Map ähm New so final breitlich backen Normal gut äh die kommt dann natürlich auch auf Non-Color macht es auch normal eher automatisch angewählt ist sie dann müssen wir hier bloß noch sagen Normal Map hier wird es eben interessant wenn ihr das Ganze für Open wir haben es ja Open gelb wenn ihr das Ganze auf auf DirectX machen wollt müsstet ihr die hier äh aus Plus Y minus Y machen das wäre logisch weil der Unterschied zwischen Open GL und DirectX ist einfach nur ein invertierter Y-Kanal fast ok dann Loch 1 Loch 2 Loch Ness Gott vergelt Hammers jo ähm Abspeichern Safe As Normal oh ja PNG 16 auf jeden Fall und das war's ach Gott ist das schade jetzt kann man den ganzen Schrott da wegschmeißen was man da schönes gemacht haben so die EU kann man ja stanzen weil ich habe die schon in der Albedo drin Albedo wäre dann nicht ganz richtig das müsste dann eigentlich eher was könnte das heißen so Base Color Roughness so und äh für die Normal Map jetzt hätte ich sie direkt gleich eingesteckt brauchen wir einen Vektor Normal Map Color dann da rein und die Normal da rein und so selbstsicher wie ich mir bin müsste ich jetzt beim Umschalten genau dasselbe sehen wie grad davor so das ist jetzt äh der wahnsinnig wahnsinnig performante Kopfhörer ich merke mal rein das ist von der Auflösung hier glaube ich mehr als ok ist das cool endlich fertig nach einer Stunde insgesamt und was dieser Kurs glaube ich dauert haben wir jetzt hier äh das fertig äh das Gewebe hätte man noch äh wahrscheinlich ein bisschen hier und da abdunkeln können ähm aber ich hoffe ihr wisst jetzt ja dann wie das gehen sollte ganz einfach über die Masten kann man das einfach immer dazu machen man muss bloß immer wissen da schauen wir sich gleich nochmal an wie die entsprechenden Modis sind aber so ist das jetzt hier mal als exemplarisches Beispiel okay ich bin ja da nicht wirklich äh ich mach das nicht so oft äh hier hab ich das jetzt nur gemacht weil ihr das wolltet äh und das ganze jetzt hier mit final drei Texturen was eigentlich ganz cool ist ähm wichtig ist halt äh was ihr immer denken müsst ihr müsst euch das mit den äh Farbmaps 0 bis 1 das muss bei euch in Fleisch und Blut übergehen und da müsst ihr euch überlegen äh was zum Beispiel Kratzer machen sollen soll das stumpfer machen soll es glänzender machen wenn es glänzender machen soll dann müsstet ihr die Werte dann eben ähm subtrahieren äh und ansonsten eben addieren also wenn das ganze stumpfer werden soll ähm bei der Bump dann wieder ne ne wenn schwarzer wird was ihr drüber mixt dann wird das quasi reingestanzt wenn ihr weiß das drüber legt dann steht das raus und äh das ist es im wesentlichen ihr habt jetzt dazu das Video als Anleitung damit sollte eigentlich das meiste gehen was ihr dann machen wollt und wenn ihr das ganz oft braucht und ihr sagt äh das das ist ja mal voll ätzend ähm dann werdet ihr wahrscheinlich euch ein anderes äh Programm ganz einfach kaufen ähm wie gesagt ich nehme da Marmoset Toolbag das habe ich aktuell noch in der geliehenen Version kostet glaube ich 15 Euro im Monat ganz einfach weil ich die Version noch komplett mitnehmen wollte weil es aktuell oder die letzten Monate sehr viele Smart Materials dazu gekommen sind oder überhaupt sehr viele Texturen und so weiter und das wäre sonst glaube ich nicht inkludiert ähm ansonsten werde ich mir das beim nächsten Mal dann kaufen für äh ich weiß nicht 200 Euro oder so äh Substance gibt es eh bloß noch in der geliehenen Version außer diese eine ältere Version die ähm zum Kaufen ist aber Adobe wird echt schwierig äh mit Rechtfertigung und so weiter ich weiß nicht ganz ob das meins wäre ähm aber ich habe gewisse Sachen in Marmoset die ich halt in Substance meiner Meinung nach nicht habe und bei Marmoset ist jetzt zum Beispiel auch so ein Array Modifier hin dazu dazugekommen ne und und äh Symmetrie das ist jetzt dazugekommen das hat mir vorher noch gefehlt bei Marmoset das ist aber jetzt dabei von daher gibt es da für mich nicht mehr wirklich viel und da kann man diese Sachen halt einfach schneller einstellen aber hey wir haben das hier glaube ich also nicht so schlecht ja finde ich ist halt ein sehr alter Kopfhörer ähm dafür scheinbar schon WiFi wenn euch was gefallen hat dann lasst ein Like da für all die es nicht gefallen hat ich habe das nur gemacht weil ihr das wolltet und ähm deswegen hoffe ich dass es euch trotzdem gefällt alles klar bis zum nächsten Video zu einem nächsten spannenden Video dann wieder mit einem Thema was man vielleicht auch lieber in Blender macht ich will da gar nicht drauf rumreiten das ist alles okay und man kann da auch viel machen habt ihr gesehen und ich habe jetzt hier auch nicht alles gezeigt auch nicht alles was mir eingefallen wäre weil sonst wäre mir noch mehr ausgestiegen als ohnehin schon von daher sollte man das nicht schlecht reden aber es könnte halt einfach ein bisschen praktischer sein es gibt auch Addons dafür es gibt ja äh PBR Painter und so Geschichten die auch wirklich ganz gut äh funktionieren was ich weiß ähm da kann man das sicherlich auch schneller alles also da kann man schneller einfach Layer einschalten wo dann eine neue Textur dazu kommt und so weiter dann kommt aber für mich hinzu dass es mit dem Backen nicht immer so reibungslos funktioniert im Blender da gibt es manchmal Probleme wofür andere Software zum Beispiel Lösungen hat ähm 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 Substance finde ich da ehrlich gesagt gar nicht so gut weil das so ähm ähm ohne Feedback ist ohne visuellem in Marmoset gibt es aber die Möglichkeit sich das alles visuell anzeigen zu lassen der zeigt einem den Ereignishorizont beim Backen an ähm ob da wirklich quasi alles im Cage mit drin ist in dem Käfig innerhalb dessen er backt es gibt auch Möglichkeiten den zu beeinflussen mit einer schwarz-weiß Maske also man kann dann einfach sagen hier ähm ähm ich an der Stelle ist der Käfig ein bisschen knapp ich skype dort drüber dass der ein bisschen weiter rauskommt also ähm ähm da gibt es schon ganz coole Sachen ähm äh das haben wir jetzt im Blender nicht liegt aber auch aktuell kein Fokus drauf vor allen Dingen auch ähm ähm innerhalb von Blender habe ich sowieso ganz andere Möglichkeiten und von daher in Blender braucht man manchmal hier für ein richtig cooles Material eine Stunde oder so wenn ich nur für ein Game Asset mache brauche ich wahrscheinlich nicht so lange da kann ich je andere Software nehmen aber das ist dann vielleicht auch nicht ganz so das wofür man Blender nehmen würde naja ähm ähm ich weiß nicht habt ihr irgendwas begleitend mit modelliert dann zeigt mir das ähm ich hatte gesehen jemand hat schon auf äh Facebook einmal den Kopfhörer auch gemacht äh wenn ihr da was zum Teilen habt findet mir findet ihr mich auf Facebook Twitter und Twitter Facebook und Instagram genau und auf Discord und irgendwo dort werden wir uns sehen und spätestens hier im nächsten Video also ciao